Gesehen gestern? Okay, so, jetzt was? LG gestern. Was damit? Äh, ne, ich hab nur gelesen, dass sie gewonnen haben. Egal, das Spiel hätten die eigentlich verloren, Dicke. Äh, wie immer, ne? Tja, ich sehe immer. Alle Spiele, die sie gewinnen, hätten sie eigentlich verlieren müssen. Sie haben die Liquid gewonnen, oder was? Nee. Nee, nee. Golden Guardians. Golden Guardians. Sie haben doch gerade 4 zu 18 oder so? 4 zu 14 oder so was? Verloren? Ja, insgesamt im Split. Also, die sind schon... Hart scheiße. Ja, und CLG ist aber auch nicht weit entfernt. Äh... Ach so, ja, wegen dem Duckface. Er macht doch auf dem Foto... Ach... Auf dem Bild... Ein Selfie. Im... Im... Fitnessstudio. Wofür steht KMS, ey? Wie KMS? KMS! 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 hallo ja die sind auch hier ja ich verstehe nicht alle bitte ja 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 sie sind doch die sind auch ich sehe sie doch schon von der lane weg zu rennen wie zu helfen alter guck mal wie low ich gehe im jungle was ist das denn ist ja wohl nicht normal was wollen sie immer braun ich brauche ich helfe dir beim pushen oh shit die haben unseren blue geklaut ich hab doch geping ich hab doch gepingt dass sie hier sind und ist ja nicht dass sie nur einen blut klauen ich hab ihn komm mal her komm mal her ganz lang oh shit oh shit oh wir haben ihn er hat mich wieso du wurensohn wir sind in den plus rausgegangen ich hab ihn doch nicht mal holt ich hab ihn doch nicht mal holt gefickt nicht zuerst nein nicht zuerst uiuiuiui schießt schießt old 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 ja einfach olden einfach olden einfach olden mimi 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 oh sie werden auf dich gehen mimi schießt na egal hat sich erledigt mimi ich frage mich was passiert wenn kathos auch nee nee kathos will lebt ja dann länger kathos scheiß m m m m m m m l wohl dauerland der Heimat Richtiges gut gespielt seine Türen krass gesetzt Oh. Ja, mach's ihn kalt. Mach's ihn nass. Spiel mit den Büschen. Du brauchst nix mehr zu machen, eigentlich. Geh ja nicht anders. Digi. Dann kriegen wir den anderen Kack-Blitzcrank. Was machst du hier, du Spacko? Okay, er war nur Durchreise. Geheimatiger. Aber er hat die Camps angegriffen. Was hab ich aus der Wege? Sagt Bescheid, wenn ihr die Jungler seht, dann mag ich Red. What? Die Jungler sind hier. Will ich runterkommen? Nö, noch nicht unbedingt. Wieso holtest du mich, du Loob? Bam! Oh, wo ist mein Team? Ich komm nach unten, ich komm nach unten. Ich brauch ein bisschen, aber ich... Ich bin low Mana. Oh, Leute. Wieso seid ihr schon... Oh, shit. Oh, shit. Ich mein's ernst. Er hat keine Ult. Wir waren einfach zu fünf, Digga. Ja. Egal, 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 egal. Wir kriegen sie, wir kriegen sie. Wir machen sie nass. Lauf. Ey, ja so. Oh, Gott. Ey, passion. Oh, ho, ho. Boom. TG. schmiede hier mal protect the zoraka okay ich muss porten brüdis und brüdi rinnen amigas amigas oh shit hey ich war schon einkaufen digi was soll ich machen man unser zoraka ist hier beschießt sie, beschießt die zoraka ist schon da ran yes ah ja er holt mich block es ist egal ist nicht so schlimm keiner geht drauf oh god so silenced mich ich denke jetzt ich mach prozentualen schaden an 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 ein zoraka das schon geil mein gott alter ja ein hit egal zerhackt sie zerhackt sie zerhackt sie sie ist fast tot oh gott ja haben wir sie? ja oh yes ich hab mein leben bezahlt ich war wohl die einzige die drauf ging ja wo ihr wart du machst ja auch prozentualen schaden ich fand auch gut an dir ey ich wollte das einfach ich habe einen fenbe foolish hier im so die Oh Gott, sie macht uns schon wieder den Fernseher an. Wie? Wie geht das denn? Ja, sie drücken irgendwie auf die Fernseher und machen irgendwie einen Trailer an. Machen sie voll auf. Wollen Fernsehen gucken. Oh Gott, ey. Nicht durch die Wand schießen, Mie. Oh Gott, das ging schon 105 Kills. Chance auf Mundo. Mundo ist ein Cap Champ. Hey. Okay. Bein Kuchen. Ja, ey. Begauft. Warte mal hier, wenn du einen hast, ansonsten mach ich. Ich hab mich exhausted, alles gut. Warte mal rein! Wie? Einfach nicht verknüpfen! Einfach rein! Mach damage! Alter, scheiße, ich komm nicht rechtzeitig zurück. Das ist egal. Geil! Nee, ist gut. Ist gut. Dann kommt er in unsere Richtung. Alles gut. Denk ich mal. Oh, sheesh! Ja, der wird unten. Du musst meiden, ne? Alter, hilf mir! Ohlalalalalalalala! Weg da, weg da, weg da! Ahhhhhhhhhhh! Und du geht ja auf, Alter! Mein Scheiß tut er auf! Er geht mehr ab als ich! Ich glaube nicht! Oh Gott, ey. Holt ihr Dings! Witzelwer oder was? Pera direkt! Kommt! Witzelwer Ey, fokussier drauf! Nein, nein, nein! Wenn die Gegner tot finden Halt die schön lohn! Ey, ist tot! Ich hab keinen Smite! Das heißt, weghalten Sehr gut Ach, wir gewinnen das! Easy! Hamm und den ganzen nur splitten Diese kleine Fotze! Oh mein Gott! Ich bin tot! Stark! Die Kavalerie ist da! Oh! Hier ist die! Ha! Mi, du müsstest ihn voll zerhacken! Ja, aber ich bin zu langsam! Obwohl ich schon Schuhe hab und so alle! Oh Gott! Oh Leute! Egal! Zerfickt ihn! Zerfickt ihn! So! Gut! Alles gut! Alles gut! Hier ist noch ein Mundo! Mi! Ah ne! Scanner! Sag ihn! Ja! 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 Sehr gut! Pam! 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 Ey! Ich kann nicht rein! so lange Kattus noch rumhängen! Es ist egal! Es ist egal! Es ist egal! Es ist egal! Es ist weggehen! Es ist weggehen! Ich warte! 5! 5! 5! 2! 16! 5! 7! Es ist Maul, ey! Okay! Wir sollen zurückgehen! Den In-Hap will ich noch haben! Sag ihn! Ich halte ihn auf! Mach Damage auf ihm! Ja mach doch! Wie steht man? Jetzt ist das mal seine Ulfding! Weiter, weiter! Ich will den In-Hap haben! Ja, wir sollen alle da! Überfahren sie einfach! Ach, ich halte mich für Skilled, ey! Ah! Hier! Oh! Shit! Ich bin durch Kattus gestorben! Sekretär! Kultgedrott Relott! Schöner. Die Sie sind einfach Scheiße! Ja!